In diesem Autobahn-Rasthaus heißt es heute Vorsicht Schnorrer. Der junge Mann hier links im Bild hat nur eines im Sinn, umsonst zu essen. Dank seiner ausgefeilten Technik schafft er das ohne dabei lange Finger zu machen. Und? Schmeckt's? Ja? Ja. Moment einmal, dürfte ich vielleicht? Ich wollte mir das eigentlich auch schon bestellen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Entschuldigung. Könnte ein bisschen mehr Parmesan drauf sein vielleicht? Darf ich nochmal? Also ich würde mich da beschweren, also wenn die zum Beispiel so wenig Parmesan hinstellen, das machen die oft ja. Ist gut, jetzt rein. Ihr Orangensaft. Bitte schön. Ein mittelgroßer Gemüseteller. Danke schön. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Oh Scheiße. Entschuldigung. Ich hab nix zu brauchen. Irgendwie getroffen. Nee, nee. Ich möchte jetzt nicht, äh, ihn hier irgendwie in den Teebereich rumfummen. Es liegt genau unter ihm. Genau, ja. Da, 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 da. Heiß, heiß, heiß. Ich hab nix zu brauchen. Ja, super. Danke schön. Oh, ich hab n' Aragen saft hier ein bisschen. Ich weiß nicht. Das passiert. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich dachte, sie wird selber wieder hingestellt. Mhm. Wahrscheinlich. Tja. Könnten Sie mir das mal geben, was unter Ihnen liegt? Ich greife Ihnen ungern zwischen die Beine. Dankeschön. Bitte. Könnten Sie mir das mal geben, was unter Ihnen liegt? Könnten Sie mal kurz helfen? Ich geh das da festmachen. Ganz kurz. Wo soll ich das festmachen? Da vorne an dem Haken. Da wär's gut. Genau. Da so werden. Aha. Danke. Nicht Michael, ich der Wissens. Moment. Loslassen. Dann haben Sie den Reakt. Ja. Ja. So, ist gut. Ja. Ja. Mir ist der zu teuer, Wissens. Ja. Gotti. So, machen Sie das da. Moment. Ist ne Spezialität, oder? Ja. Ist einwandfrei. Ich bin ja mal gespannt. Haben Sie schon gekostet? Mhm. Mach ich, ne? Mach ich. Ich, ich teste den mal für Sie. Moment. Geben Sie den Fisch wieder her. Machen Sie mal keinen Ärger. Sind Sie so gut, gell? Mit Teller oder ohne? Sie können hergeben, wie Sie ihn auch gut haben. Moment. Moment. Bisschen Platz, wenn Sie mal machen. So, ist gut. Wer verruft mal das ganze Fischel da. Ja, das stimmt. Ist ja sauber, gell. Jetzt wünsche ich Ihnen guten Appetit. Den hab ich schon. Im Namen des Teams von Verstehen Sie Spaß? Ja, genau. Ja? Ja, ja, dankeschön. Hat er nicht verstanden, glaub ich. Nein. Ich hab ihn nicht verstanden. 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 Ich hab ihn nicht verstanden.